Tata! Heute möchte ich euch ein neues Tuch vorstellen. Es ist Dagmas erstes Tuchdesign und ich finde es richtig schön. Sie heißt Meadow, wie die Blumenwiese. Erinnert so ein bisschen an Blumen und ich habe mich jetzt mal ganz schwarz angezogen, aber bin natürlich vorbereitet. Um dieses tolle Teil wirken zu lassen, ist es nicht ein Traum. Also es ist mal wieder so kuschelig und federleicht. Wir haben es aus einem neuen Garn von Shibui gemacht, das ich euch auch noch gar nicht vorgestellt habe, weil wir wollten auf das schöne Tuch von der Dagma warten. Das ist die Haven. Viele meinen es heißt Heaven, Himmel, aber es heißt Haven, Zufluchtsort und das ist also wirklich was, wo man sich so einkuscheln kann. Sie ist traumhaft weich. Das ist so ein bisschen der Nachfolger von der Drift, die ihr ja vielleicht kennt. Sie hat 80 Prozent extra fein Merino und 20 Prozent Kaschmir. Wir haben sechs Stränge gebraucht mit Nadel Nummer vier und es gibt, ja es gibt nicht alle Farben von Shibui, aber sehr schöne Töne. Es gibt ja diese neun, also wir haben sie aus dem Syrah Rot gemacht. Die neun Farben werden eben diese Syrah, Caper, Paprika. Das sind die neun Töne und dann gibt es natürlich auch viele der bekannt schönen Farben von Shibui, was ja auch immer tolles ist. So dieser kühle Naturton, das wäre Bone. Dann gibt es das Ivory, der wärmere Naturton. Dann natürlich auch ein sehr schönes dunkelblau. Ah, das ist auch eine neue Farbe. Das ist dieses Noir, ist so ein ganz dunkles blau. Kann ich mir auch gut vorstellen, wobei so eine bisschen kräftige Farbe ist schon schön. Dann natürlich auch so diese edlen Töne Bordeaux, Deepwater, das müsste Velvet sein, genau. Dann schöner Grauton, das Tar, dann das altbekannte Sud, ist also schon um einiges heller wie dieses Noirblau. Also ihr seht, es gibt jede Menge schöner Farben. Wie gesagt, sechs Stränge braucht ihr. Die Anleitung gibt es wie immer zum Tuch dazu. Und ich wollte euch nur mal noch eine Strickprobe von Shibui zeigen. Also das hat so ein schönes, klares Maschenbild. Wäre natürlich auch für einen schlichten Pulli oder eine Jacke schön. Wir haben hier die Flyer ausliegen. Da sind also auch ein paar Modelle von Shibui noch als Anregung dabei. Aber so ein Tuch ist doch klasse, oder? Ich finde es so schön. Es sind so hübsche Details drin, auch die Ränder sind so schön gemacht. Also wieder ein richtiges Dagmar-Modell bis ins Kleinste durchdacht und so liebevoll gemacht. Strickt euch mal ein schönes, kuscheliges Tuch aus der Haven. Bis bald!